So lustiges Video der Welt, Teil 10. Wenn ich sie sehe, hab's dann den Schlitzschuffer. So, naja, und was geht? Weiß ich nicht mehr. Tabaknalk und eine Messerparade. Und dass die Sonne irgendwann rot wird und stehen andere Leute im Hof. Ja, wir sind schon auf Sendung. So, da gibt's eine Tabaknalk. Hier wohl ein anderes Tag, ein Schlagsturz. Nur Tabaknalk, schieß es. Ziemlich kacke schmeckt. Boah, für ein Dreharg, ja. So, dann kommt es da. So, normal kippen sie noch besser. Ja, Messerparade noch. Also, Keinein Spales. Oh, das ist die ganze Sprache. Oh! Oh! So, das geht. Oh! So,ick. So, schieß es. Oh, das ist die Sprache. Oh, das ist die Sprache. Oh! Du hast den Bein, Entschuldigung. So, ne, eben dann verwertest du aber, ich hab den gelöscht, scheiße. So, keine zweite Aufnahme. So, jetzt ist ich die zweite, scheiße. So, gut mehr. Wenn wir jetzt beraten. So, wir machen grühe, wenn ich mal bei der Kamera mal ein Müll mal kurz, aber... Mich kotzen zu sehen, das dauert lang, bis ich das mal mache. Das wird wohl keiner packen mehr, sicherlich. Wenn ich mal kurz, dann ist das so wie Grand 66, wie die Sonne die im Nerven ist. Wenn die doppelt so groß ist und rot ist, also die Sonne halt irgendwann ist mehr größer oder was, dann ist die so groß, dass es so warm wird auf dem Planeten und erst dann ist der Typ, steht dann erst auf, wenn man sich denkt, oh, es ist warm, oh, ich muss mal aufstehen. So wird das sein irgendwann mal. Ja, ja. So. Alles klar. Ja. Doch, Gott sei Dank. Da liegen scheinen. Cool.